Zeitung! Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno 1800. Was ist das denn? Oh, ist rumknapp, halt. Lektorieren. Warte mal, Robo-Destillat ist ein und das gleiche. Da. Da. Das ist ein bisschen teuer, ne? Kostet 130, wir haben 277. Das ist, äh, besser. Seien Sie froh, Sie leben noch, find ich cool. Und kaufen, kaufen, kaufen. Ja. Es trägt Ihre Handschrift. Voll alternativer Fakten, find ich schön. Sie haben an Einfluss gewonnen. Jawoll. Da ist das Erdnetagfest. So, hier sind Jagdgründe. Wir können doch Dingens hier auch kaufen von anderen Inseln. Äh, Aktien, ne, nicht Aktien. Wie heißt das denn im 18. Jahrhundert? Ja, genau. Tja, irgendwie sind uns die Inseln ausgegangen hier. Ich besieh dir jetzt mal die Insel da oben. Aber die hat gar keinen Weizen, ne? Doch. Die hat Weizen. Das ist doch gut. Und Hopfen. Und Weintrauben. Wo ist denn ein Schiff? Gespeichert. Ähm. Oh. Gut, ich bin kaum abgelenkt. Was für ein Fest ist hier? Das Bierfest. Das Bierfest. Alle mögen Bier. Attraktivität für eine annehmliche Kleinstadt. Wo ist denn das Bierfest? Wir gucken später nochmal vorbei. Wir suchen nur das Bier. Weil eigentlich haben sie nur rum. Da irgendwo, irgendwo links unten. Ja, ist egal. Warum sind hier denn so viele Schiffe eigentlich? Da war die Ronkel mit 14 Tonnen Kanonen. Was macht die denn hier? Ja, hier solltet ihr eigentlich abgeben. Was macht die? Was macht die? Auf Dodo im Barracoso. Aber du hast doch ein neues Schiff gebaut, oder wie war das? Ja, aber in der alten Welt. Ja, da sollen hier auch alle hin. Weil ich will jetzt ja eine neue Insel besiedeln. Ja, das Schiff kostet. Das dauert aber noch. Drei Minuten. Oh. So schnell. Na gut, wir können ja währenddessen mal gucken, wie sich das hier so weiterentwickelt. Ich habe ja die Produktion an Fisch etwas erhöht. Das scheint fruchtreich zu sein. Fruchtreich? So. Paprika. Ganz viel Rindfleisch. Wenig Rum. Oh, nicht der Champions League-Finale. Nein, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, absolut nicht. Ja, wenn die Folge ausgedreht hat, nicht mehr. Ja, werde ich vermutlich nicht mehr angucken. Ähm... Ja, wir brauchen Pelz. Ja, ich wollte ja jetzt eine neue Insel besiedeln, ne? In der Tat. Wir wissen noch nicht genau, welche. Doch, ich habe mich ja schon entschieden. Aber... Warum fahren die denn nicht so schnell? Ach, du hast das... Ich will ein Schiff haben, sonst passiert ja nichts. Wir haben übrigens jetzt 400.000. Nee. Doch. Ah, doch. So. Die... Wie nennen wir sie? Wir müssen doch irgendwie... So. Wall of Nation. Wir müssen doch irgendwie Nation berücksichtigen. Wer fehlt uns hier? Die Wall of Nation. Zurück. Ähm... Ja, ich freue mich immer auf eine neue Formel 1. Das wird bestimmt gut. Und... Was ist denn hier? Wall of Nation. Stahl. Brauchen wir eh großen Stahl da. So. Hauptsache, dieses Schiff will das jetzt nicht wegklauen oder so. Die mag hübsch aussehen. Korallkette. Aber sie zielt unter die Gürtellinie, wenn... Was will die? Weiß ich nicht. Die labert irgendwas. Interessiert geilen. Die Wall of Nation. Die MSS Wall of Nation. Alter. Die ist ja ganz schön lahm. Ja. So wie... Ich. Hallo? Das habe ich nicht gesagt. Wir verlieren wieder ganz viel Geld. Wahrscheinlich ist da rum wieder alle. In der Tat. Ja. Brauchen mehr rum. Ja. Das war die falsche Taste. Wo willst du hin? In die neue Welt eigentlich. So. Wo bauen wir überhaupt rum an? Hier? Nee, oder? Doch, oder? Nee, da ist Mais. Nee, da bauen wir Tacos an, glaube ich. Hier bauen wir rum an. Da links irgendwo, glaube ich. Wo die Alpakas sind. Bananen. Da. Links, wo die Alpakas sind. Rumbrennerei. Ach ja, die ist ja schon 18 Mal explodiert. Ich erinnere mich. In der Tat. 150 Prozent. Weil der hier fest ist. Was ist hier das überhaupt für ein Holzfäller? Naja. Das ist ja Holz. Stimmt, Holz. Da sind dann Holz und Zuckerrohr übrig. Dann können wir dann einfach nochmal so eine Rumbrennerei in die sitzen. Ich glaube nicht. Also Holz schon, aber ich glaube kein Zuckerrohr. Wo ist denn Zuckerrohr überhaupt? Ja. Null. Wir brauchen Zuckerrohr. Ja. Zuckerrohr und, äh. Warum? Bleibt stabil. Das ist cool, dass man da drauflegen kann. Das soll ich auch da machen. Ja, warum hast du jetzt das auf Verkaufen gesetzt? Ich überhaupt nicht. Da ist es doch überhaupt nicht auf Verkaufen. Das sind Bananen, kein Zuckerrohr. Das ist Zuckerrohr, glaube ich, ne? It came from the desert. Du musst mal hier weg. Ja, was ist jetzt mit dem Holzfäller? Der ist jetzt weg. Wir haben noch ganz viel Holz. Der braucht auch Raum. Ja, Raumschmaum, sag ich immer. Ja stimmt, du hast ein bisschen immer wieder. Ähm. So. Ist doch gut. Überraschend gut. Negorix. Negorix mit der Quadratologie. Aber wo wir gerade schon mal dabei sind, wir machen ja so viel Geld, ne? Zack. Oh ne. Warum? Warum nicht? Du mal mit deiner, wir brauchen doch gar nicht so viel. Immer auf die Zukunft hier. Das ist übersetzt. Was du da machst? Jetzt musst du da noch ein Lagerhaus hinbauen. Mach ich auch gleich. Außerdem ist die Railgun angekommen. Das ist gut. So. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, wenn der Kriegsrundsagrillt hier so rauswirft. Sagt der dir 80 Schiffe bauen. Guck mal, jetzt hast du drei. Ja. Ja, das war ja mein Fahrrad. Ja, das war ja mein Fahrrad. So, und dann nochmal den Holzfüller nachbauen. Ihr braucht jetzt noch ein Lagerhaus. Zack. Zack. Wo ist es denn? Anno, Anno, Anno ist nicht da. Nee, das ist gar nicht, wo ist denn da, da? Anno ist auch, ich habe auch Kreisverkehr. Hast du den Weg jetzt connected, oder? Ohne kein Haus bauen. Der passt nicht. Ähm, doch. Jetzt habe ich da einmal komplett überreagiert. Meanwhile, ist irgendwas zurückgekehrt. Ja, ha. Wie viele Schiffe haben wir da hingeschickt? Der Bierfest ist da. Ich habe zwei rübergeschickt. Da war der Auftrag. Ich habe nie daran gedacht. Hallo. Foto, oh. Das kriegen wir hin. Was, ein Foto von wem? Francisco, Francisco, Jose. Und wie sieht der aus? Weiß ich nicht. Ist das der Tut, der da vor der Küche steht? Ups. Ich glaube, das war er nicht. Man könnte es jetzt random probieren. Äh. Hier die Einwohner. Ja, das muss dann doch der einfach sein, oder? Der hat ja vor der Kirche stehen. Vor der Kirche, genau. Ich warte noch auf das Bierfest kurz. Wenn der jetzt in die Kirche geht. Warum macht der die ganze Zeit so ein Größchen von links? Ja, Foto abschicken. Jawohl, ein Huhn. Ein Huhn. Wir könnten Huhn im Zoo ausstellen. Wir haben Möwen im Zoo ausgestellt, ja. Gut. Es wird Zeit. Für die Wall of Nation. Äh, hallo? Eine neue Insel zu besiedeln, ja. Geht das nicht? Nee. Kannst du dich noch mal ein bisschen langsamer drehen, Schiff? Da, 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 da. Oh, Rastbuch. Nee, nee, die muss anders heißen. Ähm. Wie nennen wir die denn mal? Eroberer. Die muss irgendwas mit Nation zu tun haben. Oder wir nennen sie, äh, äh, wie war das? Sie haben an Einfluss gewonnen. 95%. Warum 95%? War das nicht 83%? Nein, das ist 83%. Nein, das ist 83%. Hier müssen wir jetzt eigentlich rum anbauen. Nee, rum nicht. Rum können wir hier nicht anbauen. Ja, aber weil das ist wegen 83%. So. Gut, die ist da. Der hat sie putzert, erkundet von der Wall of Nation. Gut. Sehr gute Idee. Äh, wir können die Hühner mitnehmen und die in unserem Zoo ausstellen. Ja, machen wir, aber das Schiff ist noch nicht da. Wollen wir vielleicht wieder einen Waffenstillstand mit der Piratentanzer machen? Haben wir den nicht? Nee, der ist ausgelaufen, glaube ich. Ja, der ist ausgelaufen. Ja, wir haben... Ja, 15.000. Na ja, erhöht. Wahrscheinlich. Ja, für 1.000. Komm. Oh. Wollen wir mit der überhaupt eine Allianz spielen wie der Chinese in der O? Das sind 10.000. Ich glaube, die ist uns leicht überlegen. Aber das ist nahezu sicher. Aber das sind 10.000, nicht 1.000. Mit allem brauchen wir nur 1.000. Ja, komm. Können wir mit der vielleicht Handelsrechte angucken? Unmöglich. Unmöglich. Gut, dann nicht. So. Alles bereit. Ronkel. Ronkel. Hahaha. Mach dir die Kornräll und die Rällkorn. Unglücklich gesunken sind. Das ist jetzt die Ronkelricht. So, ich wollte noch ein paar Fenster mitnehmen. Komm, ein bisschen Stahl nehmen wir auch nochmal mit. Und dann hier hoch. Setz die Segel. Dann würde ich sagen, es ist immer sinnvoll, hier eine Produktion für Bretter zu haben auf allen Inseln, oder? Ja, Bretter sind eigentlich immer gut. So. Moment, warum ist eigentlich auf Gottis 83% jetzt da oben als Bild so eine Lehrerin drin? Das ist Gotti. Ich verstehe das nicht. Wo haben wir die Abendsgriffe hierher? Das ist eine gute Frage. Haben wir hier Ureinwohner aufgetrieben? Auf sich hat man immer ein paar. Ja, aber woher bekommen haben wir dann die Ingenieure? Ist die Mauer aufgegangen? Die ganzen DDR-Leute sind hier rüber. Das ist eine gute Frage. Aber nichts, womit man zu Hause angehen könnte. 50 plus 50 plus 50. Wir sind... Hier haben wir die nämlich auch. Tja, das weiß ich nicht. Haben wir kurz einen Blick auf Duradl geworfen? So. Welch ein Luxus. Eigentlich wollen wir ja Pelze hier haben. Das war ja eigentlich unser Grund hier. Haben wir Pelze? Ja! So, eine Jagdhütte. Mach mal zwei und schick dann dein Schiff hinter den Weg. Okay, da. So eine Schneiderei bringt ja eh noch nix. Hier brauchen wir nämlich anderes Zeug noch. Kohle oder so. Und dann baut er auch noch so ein Lagerhaus hin! Jawohl, der Nergorix hat das Spiel begreifen. Und dann Route. Brauchen wir ein neues Schiff dafür, ne? Nein, wir haben noch 80 Schiffe. Ja, wen denn zum Beispiel? Route einricht. Wir machen jetzt eine, die von ganz der anderen Ecke auch in die neue Welt fährt. Für den Rest, den wir da brauchen, was ich noch nicht weiß, was es ist. Einladen. Und zwar... Pelze. Pelzmäntel. Ne, Pelzmäntel. Wir machen doch keine Pelzmäntel. Wir machen doch hier nur Pelze. Und die lädst du auf jeden Fall irgendwann mal hier aus. Solange wir noch nichts anderes haben, machst du erstmal nur das. Und das kann ja ruhig die... Ne, die Ronkel. Ja, die Ronkel. Du musst ein Schiff, du musst ein Schiff... Ups. Was ist das denn? Man kann hier so... Wow. Cool. Das war aber nicht mein Plan. Eigentlich wollte ich nur ein Schiff hier hinzufügen. Ronkel. Ja, jetzt fährt die halt da rum, ne? Ja. Macht das weg? So. Passt schon. Jetzt bleibt die da zweimal stehen, oder? Wann zieht sich das richtig? Ja, das ist doch völlig egal. Das sehe ich nicht so. Innen in die Route. Kanada. Kanda. Kanda finde ich auch gut. Warum denn Kanada? Weil da die Wall of Nation ist. Auch wenn ich das Schiff gar nicht fährt. Nenn dir doch Jacques Villeneuve oder so. Halt, Ronkel. Du musst erst ausladen, bevor du das machst. Däh, Däh, Däh. Dreh nochmal um. Was ist denn wohl eher die Strecke für Ronkel? Kanada war ja nicht Ronkels Strecke. Ja, was war... Was mochte denn Ronkel eigentlich für Strecken? Ja, da ist was dran, das stimmt. Wir kümmern uns hier um alles. Was pflanzen die überhaupt, wenn die hier Wild jagen wollen? Ähm, das werden wir gleich sehen. Wird das schön, dass hier Schwäne auf dem Teich sind. Vielleicht im Wald, wo das Wild drin ist. Tja, also irgendwie haben wir jetzt noch ein paar Stahlträger übrig. Naja, macht nichts. Ähm, was ist denn hier für eine Warnung? Ah, ist egal. Ähm, was ich jetzt machen wollte, ist einmal zu sehen, Baumwolle. Baumwolle. Genau, bei dem Pflug anrufen. Baumwolle. Wie geht das hier? Du musst ja dich nie mal einordnen, du bist ein Strecke. Oh, das ist meine Folge, Cyrock. Ich wollte es nur anmerken. So. Zack. Planet of Blue. Wo kann man denn hier Baumwolle machen? Hä? Wo ist Baumwolle? Ne, das war ich. Ja, wenn man bei den Obreros, ne? Vielleicht für, für... Das ist die Frage. Wo ist Baumwolle? Das ist ja nur... Ah, wir brauchen diese Hüte da. Vielleicht brauchen wir für die Melonen. Die Melonen. Da wäre es halt jetzt schön, wenn man das, ähm... Ah, das ist doch viel besser. So. Es gibt ja solch ein Menü, das ist doch klasse. Nicht so ein Schwachsinn, auf den Cyrock da immer steht. Der ist aber besser. Ne. Meinst du es 1 zu 1 oder 2 zu 1? Das weiß ich nicht. Wir machen mal erst mal 2 zu 1. Mach mal Lager. Müssen wir da irgendwas anbauen für die Baumwolle? Ja, ja, natürlich. Aber ich wollte erst alle Gebäude bauen. So. Baumwolle Pflücker sind da. Es reicht nicht. Ich habe hier einen Weg gelassen. Komm, wir machen das aber nicht da. So. Ist das Bierfest da gerade umgefallen, oder? Das Bierfest ist umgefallen. Jetzt ist ja... Jawohl. Mach doch noch einen Kreisverkehr in die Mitte. Oh, ja. Das ist Regenwald. Ja, so sieht nämlich... Was ist das denn für ein Regenwald? Finde ich gut. Ja, so sehen die Regenwolle dann nämlich generell aus. Die gehen dir bis zur Hüfte. Da brauchen wir eigentlich noch aus der Baumwolle für das... Ach, Pelze. So. Dann musst du von hier jetzt die Baumwolle mitnehmen. Ne, du brauchst doch... Ach, machst du doch schon. Ja, ist gut. Ich glaube sogar fast, wir sollten das anders machen. Ja. Wir können hier... Die Wild können wir hier nicht bauen. Ähm, Kanada. Lass das mal. Kanada, lass das mal. Ähm, du sollst nämlich da einladen. Pelzmäntel. Ja, ich weiß, die haben wir noch nicht da. Ist mir doch egal. Und dann lädst du hier ein. Auf der ewig langen Route, die wahrscheinlich drei Jahre braucht. Was machst du überhaupt? Baumwolle, ne? So. Und die lädst du hier aus. Meinst du, die produzieren über 50? Über 50? Ja, weiß ich nicht. Moment, du lädst... Gebeobachte das mal. Warum lädst du auf Dingens die Pelze aus? Machst du da die Produktion auch hin für die... Ja, natürlich. Sonst haben wir wieder noch mehr Sachen auf unserer Hauptinsel. Aber noch brauchen wir das ja nicht, weil das dauert erst mal acht Jahre, bis da die ersten Sachen sind, oder? Oder meinst du, ich soll das direkt machen? Weil wir es uns vergessen. Ich habe auch das Falsche eingeladen. Stopp. Moment. Moment. Nee, das ist das Falsche. Der letzte Knopf, den du noch nicht gedrückt hast. So, wir brauchen nämlich hier keine Baumwolle, sondern hier Toilettenpapier. Sehr gut. Gut, und dann gehen wir jetzt nochmal in die Alderwelt. Gucken an, wo denn Rute da ist. Das ist die andere Route. Da, hauptsächlich hat seine Stahlträger noch Antwort. Aber die Frage ist halt, ob man das lieber mit der Dulcinea macht zusammen, aber... Braucht man, glaube ich, nicht. Gut, so. Das dauert jetzt noch ein paar Minuten, bis das soweit funktioniert. Wir sind im Optimierungsprozess, kann man sagen. Wie sieht das denn nun aus mit anderen Sachen? Was braucht ihr noch? Ihr braucht eine Uni. Dazu brauchen wir noch mehr Handwerker. Problem, dazu brauchen wir noch mehr von allem. Aber wir können tatsächlich ein bisschen was aufsteigen lassen noch. So ein Schwung. Oh, das sind gar nicht die, die ich aufsteigen lassen muss, ne? Doch. Der jetzt nicht, aber... Jetzt haben wir kaum mehr arbeitet. Wollen wir noch mehr arbeiten? Ja, ist ja alles gut. Ich habe nur noch genug. Aber warum haben wir überhaupt Ingenieure? Wir haben doch noch gar keine Ingenieure. Ja, das habe ich dich gefragt. Da hast du gesagt, man hat immer ein paar. Vielleicht wegen des... Ne. Wegen der Umweltverschmutzung. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß es nicht. Reicht das jetzt wohl? Also früher konnte man es mal auf dem Marktplatz sehen, wie viel von wie viel man hat. Kann man das hier auch? Oh cool, hier kann man das alles durchschauen. Das ist praktisch. Aber es ist nicht das, was ich jetzt sehen will. Wenn ich ehrlich bin. Gut, wir schauen uns mal die Sachen an. Fisch nimmt zu. Sehr gut. Der Fisch nimmt zu. Sehr gut. Brot ist auch kein Problem mehr. Hopfen auch nicht. Da habe ich offensichtlich auch ein bisschen überreagiert. Aber das mache ich ja sonst nie. Wir haben auch 85 Meter Nähmaschine inzwischen. Aber das hast du gemacht. Ja, ich habe eine Nähmaschinerei dahin gebaut. Ich glaube, wir brauchen noch mehr. Pelze brauchen die. Wir machen mal von allem ein bisschen. Wobei, da haben wir auch nicht so viel über, ne? Von dem Bauern? Nee. Ja, komm, wir haben nur noch einsam Schwung. Ja, und schon haben wir kaum Bauern, ne? So. Jetzt haben wir davon zu wenig. So. Ja. Ein Künstlerfest. Ein Künstlerfest. Was macht das? Weiß ich nicht. Warum wollt ihr denn jetzt alle nicht aufsteigen eigentlich? Die Menschen lassen sie hochleben. Was fehlt euch? Dann fehlt auch nichts. Der will auch, aber hier wird er nicht angezeigt. Hä? Jetzt haben wir wieder nicht genug Arbeiter. Achso, das war ein anderer. So, die zwei kommen noch. In der Mitte ist das Künstlerfest. Es wird mir geil, dass einfach irgendwas davor festsetzt und dann immer die gleiche Kapelle da drüben. Das stimmt allerdings. Ich würde jetzt spontan... Hallo? Äh, was soll ich jetzt gemacht? Wo bist du? Weiß ich nicht. Ah, das liegt daran, weil dieses Schiff noch ausgewählt ist. Ich wollte eigentlich das machen. Können wir das nicht näher machen? Ich meine, dann probiere ich noch mal. Was noch mehr? Jetzt werden wir nur marschieren. Hallo? Ja, wir marschieren geradeaus. Wir machen mobil. Die Plätze dazu hast du ja schon gebaut. So neckisch schleicht schräg auch noch die Kamera, ne? Was macht das jetzt eigentlich zu dem Künstlerfest? Der Mann auf Stelzen oder was? Und hier war ja beim Bierfest auch dabei. Warum läuft da nicht ein normaler Bürger so ein dicker Mann da zwischen den Leuten mit? Der muss. Ist das der Ausrichter? Der Ausrichter. Die UEFA ist das. So, wie sieht das denn hier jetzt aus? Wir haben 17 Pelze. 17 Pelzes. Wo ist denn die Kanada? Klick doch einfach drauf. Wahrscheinlich auf Durchreise. Alle Schiffe. Die hab ich jetzt vergessen. Die Pelente. Wie finde ich Kanada nicht? Die Kanada ist ja die Route. Die Bronge macht das doch, ne? Die Regon. Die steht aber hier nur. Das macht offiziell gar nichts. Ach, das war das Schiff. Das sollte Inseln erkunden, die es nicht mehr gibt. Ähm. Was ist denn jetzt welche? Hä? Moment. Kanada. Mach die Ronge. Aber nicht die Regon. Ich verstehe. Ah! Wir müssen das irgendwie anders nennen. Ähm. Was ist denn so ne... Wir müssen eher, eher was so, so... Sao Paulo. Was gibt's in Sao Paulo? Oder sowas. Das ist in Sao Paulo. Ähm. Weil die ja in die neue Welt gehen, verstehst du? Philippe Massa. Gut, neue Welt. Wir kennen da jetzt auch prinzipiell. Ne, was haben wir denn noch so für Sachen gehabt? Wir hatten auch ganz viele so kamen. Wie viele lilanes Schiffe fahren, oder rosa Schiffe fahren hier eigentlich rum? Ja, das ist die von der Ull. Ähm. Ich überlasse die Entscheidung, wie das Ganze zu nennen ist, Zallrock. Denn das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts, wie ihr das Volk liegt, unten rechts, ansprach von mir. Und euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.